Willkommen zu Positiven noch. Willkommen da noch hin. Das muss ich jetzt noch mal wieder herausfinden. Oh Gott, wieder als Faltestaste. Nein, da brauche ich nicht raus. Ich muss das hier mitnehmen. Ich muss sich noch wieder herausfinden, wo ich jetzt den neuen Rumpen habe produzieren. Ob wir da was erweitern kommen oder nicht. Da haben wir noch Emplantate. Brauchen wir Modibden. Modibden haben wir glaube ich alles auf Full. Kreditwartung minus. Ah, durch Lei Schengen. Wir müssen nochmal auf Lei Schengen gehen, damit wir hier alles einsetzen können. Dadurch sparen wir uns nämlich einiges an Wartungskosten. Je nachdem, wo es halt ist. Ähm, Modibden ist Full. Ähm, wir nehmen hier 27 Wartungen. 27 Wartungskosten auf 6 runterpacken ist schon nicht wenig. Ähm, Modibden, Modibden. Ich glaube wir sowieso alles full ausgebaut. Ähm, haben wir vielleicht wieder zurückgehen müssen. Modibden, Modibden. Hier haben wir die Energie, die ist auf 600. Weil wir die normalen haben und nicht die guten. Also nicht die Full-Dinger da von der Lei Schengen. Sondern die normalen benutzt haben. Gut, gut, gut. Energie. Ah, Modibden, perfekt. Ausgleich, Wartung, Energie, Wartung. Und die Lagermodule, gut. Das heißt, wir sind jetzt hier auch wieder ein bisschen positiver. Ähm, haben wir hier noch eine weitere. Wir haben jetzt die hier, die wir auch auf Full haben. Ähm, der Radius sieht da so aus. Da könnten wir übrigens noch ein zweites bauen. Dafür würde ich dann prinzipiell einfach nur, um da die Möglichkeit zu haben. Wir werden jetzt hier platzieren. Dann sind wir auf plus 12. Wir brauchen plus 13. Und wir brauchen erstmal ein bisschen Kohle. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Ich habe nichts anderes erwartet, to be honest. So, plus 70. Ähm. 85. So, bei plus 2 und plus dem. Parameter wäre neues Stationsmodul zum Andocken bereit. Uh, jetzt können wir es sogar erweitern hier. Neues Stationsmodul zum Andocken bereit. Jetzt die Hospitalstation erweitern. Hä? Okay. Gucken wir mal danach, während wir hier warten, dass die Kohle ein bisschen weniger wird. Oh, beziehungsweise, dass die Kohle weniger wird. Dass die negative Balance weniger wird. Äh, was für ein Modul haben wir denn? Ach, ein neues. Allgemeines neues Modul. Boah. Wir haben halt, äh, viele Ingenieuren, ne? Das ist schon, ne? Gut. Ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Physiker aktuell 8 von 10. Bei allen 8 von 10, okay. Und eben noch mehr Physiker. Ja, äh. Warnung, Warnung. Unzureichendes Forschungsmaterial. Ja, 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 ja. Schön, Sie wieder zu sehen. Erstmal gucken. Andererseits. Sehe ich Sie sowieso ständig. Wir haben Biotech ausgebaut. Na, hier Biotech. Ähm. Wir sind jetzt hier rauf gegangen, alles. Na, wir haben jetzt hier... Alles... Ich bin verwirrt. Haben wir das jetzt zugewiesen oder nicht? Na, wir haben es zugewiesen. Wir brauchen noch einen weiteren Biotech-Komplex. Was? Ähm. Wir haben... Oh, die Technologen, das ist ja das Ding. Wir lassen es erstmal dabei. Da oben fehlen neuronale Schaltkreise. Da oben fehlen neuronale Schaltkreise. Ähm. Wo auch immer die jetzt gerade wieder sind. Oder wir haben keine Route dafür. Das kann natürlich auch sein. Neuronale Schaltkreise. Plus 6. Wir brauchen 8. Also müssen wir die Produktion steigern. Und wir brauchen oben... Was brauchten die nochmal? Superkühler. Superkühler war... Glaube ich hier. Superkühler haben wir plus 7. Hä? Superkühler, superkühler, superkühler. Da. Äh. 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 Hä? Ähm. Ähm. Transferoptionen werden aktualisiert. Gut. Dann kommt das da auch schon mal an. Das hätte jetzt für uns keinen wirklichen Vorteil gebracht. Ähm. Wir verlieren ja gerade 7 so gesehen noch an die. Und wir produzieren dort zu wenig. Ähm. Aber was ist denn das für ein Ding? Ähm. Ist das überhaupt von dort? Oder das ist doch von der... Hier von der Region. Da sind wir auch mal 0. Vielleicht können wir die Produktion hier nochmal steigern. Was die... Wie ist denn die Liga gleich nochmal? Was die bionischen Erweiterung betrifft. Wird dann nochmal ein bisschen mehr produzieren. Dann können wir die Route bearbeiten. Kommt das da auch an. Dann können wir mal gucken ob wir hier vielleicht nochmal ein paar... Wohnungen upgraden. Das wird dann vielleicht hier rüber kommen. Hm. Stopp, 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 stopp. Noch wieder alles hier. Auf einer anderen Seite alles hier wieder. Das ist wieder belasten. Der ist jetzt auch wieder aufs Neue. Hier produzieren wir die... Andocken erfolgreich. Die Wartung ist natürlich enorm. Die Energiewartung ist schon fast irrelevant. Aber die verdammte Wartung allgemein. Dadurch verlieren wir halt unfassbar viel Kohle. Kann man... Einfach nochmal gucken. Willst du wirklich was bewerten? Die heißt ja gut. Ähm... Deswegen ist sie bekommen halt hier nur die Dinger, ne? Für die Wartung. Für die Energiewartung. Und da ist vielleicht schon was relevantes da. Für die Wartung. необходимоers. Und du denkst dafür. дней laufen. Hier kannst du das daern und daern und die autre. Dann bringen du hinter Tyrann und dasutta advertising. G국 Yourself. 05 fucksty. orn kommt auf der Bank. Bis zum nächsten Mal.